Das geht nahtlos in den Sponsor über und zwar das Catering auf der 500-600 kam ja von einem Hörer und zwar vom Sascha und der hat mit seiner Frau ein Restaurant in der Nähe von Köln, zwischen Köln und Düsseldorf in Bettburg und das heißt Ehrlich und Lecker und die haben dort dieses Restaurant, wo sie beide gelernte Köche und die kochen dort in diesem Restaurant. Hier regional und ohne Pülverchen und Hilfsmittel, die machen gute Hausmannskost und bestimmter Bauer, was gekocht wird sozusagen. Das Restaurant selber ist im Industriegebiet bei Bettburg und die machen da Montag bis Donnerstag die Versorgung sozusagen für die Mitarbeiter in dem Industriegebiet. Freitag, Samstag ist nur abends geöffnet, machen sie Wein und machen ein bisschen schicker und sie bieten auch Catering an und das haben sie eben für uns auch gemacht. Die sind da mit ihrem Catering-Mobil, was schon die Burger während, also das war so Pulled Pork Fleischzeug und haben während der Fahrt das schon irgendwie im Wasserbad aufgeheizt in ihrem kleinen Transporter und hatten das dann direkt zum Essen am Mittag da bei uns und bis in den Abend rein und haben glaube ich auch ausverkauft. Also die haben hier komplette, komplette hunderte und hunderte von Burgern da an dem Tag sind sie losgeworden. Und die bieten auch eben auch Catering an, zum Beispiel für Hochzeiten oder für Events, gerade in der Region, wenn ihr da in NRW seid, dann helfen die euch da sicher auch gerne aus. Und es gibt, sie haben so eine große Tonne zum Grillen mit so einer Platte oben drauf, die dann heiß wird. Sie haben mobil auch eine Rinderroulade, Kartoffelpüree, Rotkohl, Beef Brisket im Burger, was wir hatten oder Pulled Gans Burger, Kassler Sauerkraut, Grünkohl, Mettwurst, das geht auch alles. Und wenn ihr ein Event habt in NRW oder sonst wo und ihr möchtet da hier was von ehrlich und lecker haben, dann wendet euch mal an Tina und Sascha. Ich habe auf der Website ist ein Link, ist auch bei Jimno gehostet und da könnt ihr euch mal bei denen melden. Und herzlichen Dank für die Versorgung bei der 500-600, das war sehr nett und ich glaube, das hat auch allen sehr gut geschmeckt. Sie hatten auch eine Veggie-Variante dabei für den Basti und das war alles sehr, sehr nett, ehrlich und lecker, könnt ihr mal Catering bestellen, wenn ihr möchtet. Und ja, herzlichen Dank für die Burger.